Mein Name ist Marwa Alnabayed, ich komme aus Syrien und ich wohne in Deutschland. Wir sind hier in Oslo für eine Konferenz. Wir arbeiten mit den Militär- und Politikerleuten und es ist für die Protection of Civilians. Mir ist wichtig, dieses Thema, weil ich habe den Krieg erlebt und die Hoffnung, dass niemand mit der Zukunft das wiedersehen kann. Die Ziel ist wieder, stop bombing civilians.